Musik Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Heute mit dem angekündigten Letter Opening, wo dann hoffentlich meine zwei Bujin Yamatos drin sind. Brief ist heute endlich im Kasten gewesen und wir schauen mal direkt rein. Habe ich mir auf Ebay bestellt. Könnt euch sicherlich vorstellen, dass die Yamatos nicht allzu günstig waren, aber ich wollte das Deck endlich haben. Und es ist halt sowas wie ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, was sich der 666 Flake hier selber überreicht. Und dann gucken wir mal. Okay, im Toploader, schön knicksicher, versendet hier. Bujin Yamato. Machen wir den hier oben mal noch auf. Aufpassen, dass ich mir nicht selber noch einen Finger abschneide hier beim Opening. Und da ist noch eine weitere Karte drin, so wie es aussieht. Jawohl. Also hier haben wir einmal Bujin Yamato, Top Mint, erste Auflage, so wie es sein soll. Auch ein sehr guter Seller, Idecron Master Collections auf Ebay. Und hier ist dann der zweite Bujin Yamato, ebenfalls First, Top Mint. Und hier hinten dran noch ein Achacha Chanbara. Okay. Ich möchte gern Goyo Wächter, so wie es aussieht. Muss man nicht weiter darüber nachdenken, über die Karte. Yamato ist endlich in der Haus. Guckt euch morgen das Deck-Profile an. Und bleibt wie immer dran. Euer 666 Flake. Wächter bei puisquach hij hat er hat sichته hier vor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bu değil. Tschüss. deze gece ... Sch็uxría zu planes nicht mehr Colin experiment幹嘛